jawohl wir wollen hier noch den rest der karte noch hier gucken kurz genau deswegen gehen wir mal nach da bisschen außenrum haben wir auch nicht alles erkundet ein neidling fliegt hier auch um wunderbar ja das gebiet hier fehlt uns natürlich noch hier ein bisschen ja ihr habt uns schon gesehen und tschüssi so 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 jawohl das hier haben wir müssen halt mal wieder kurz hoch flattern hier wenn sie irgendwie möglich ist ja ja nicht ganz blöde ist es kam hier außenrum nähe kann man nicht wir müssen ja wir müssen leider da hoch so schnell wenn wir hier auch runtergekommen sind müssen wir wieder hoch und hier einfach mal weiter fliegen so ich glaube jetzt immer hier ja fast richtig das heißt hier außenrum zirka müssen wir fliegen hier auch ein forschungstagebuch das nehmen wir uns mit und das hier nehmen wir uns auch mit die palsphäre hier zack und das forschungsbuch hier haben wir auch noch nicht oh da unten gibt es hier auch wieder von diesem wie sagt man es steinkohleabbau gibt es da auch viele sachen hier jawohl das war noch gerade richtig bei dem mal jetzt stecken wir fest hei 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 gibt es ja gar nicht so muss man kurz gucken der weg oder ja der weg war der richtige die truhe nehmen wir mit die hängt hier im baum drin nehmen wir mit die 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 ja wohl läuft ja schon mal bombe hier hat sie mal dass sie ist die nehmen auf gerade sagen wir nehmen auf jeden fall mit hier nehmen wir mit nehmen wir mit nehmen wir mit Luftkanone erlernen wunderbar ich weiß noch nicht ob wir jetzt richtig sind ja doch natürlich wir sind richtig wo bin ich über hier lang fliegen jawohl passt lo van da haben wir hier nochmal den haben wir auch nur 7 von 10 aber auch nur 7 da müssen wir auch nochmal fangen dann wenn das ding war ja unten irgendwo noch hier wir fliegen aber fast richtig wir müssen hier rüber da täuscht mich jetzt gerade ja schon richtig hier das gebiet hier das hier haben wir noch nicht ja das stimmt wohl da drüben hat sie meine dass sie ich muss die dass sie wirklich hier holen so und tack 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 wir dürfen natürlich hier keine wir sind ja auch verdammt stark hier muss man aufpassen jawohl ich glaube nämlich hier irgendwo gibt sie auch den eingang für den menas ding müssen wir aber nochmal gucken wo wir jetzt hin hier sind wir auf jeden fall richtig hier um den block mal rum dass wir das sie mal gesehen haben hier ich glaube nämlich tatsächlich dann haben wir das hier nämlich auch geschafft hier eine truhe nehme ich mich mit einem wasser so eine nepals fähre ding da nehmen wir mit und weiter geht es dass wir einfach mal ein bisschen außen rum fliegen ja wo der menas ding ist habe ich hier wirklich tatsächlich jetzt keine ahnung das weiß ich jetzt leider auch nicht meine lieben aber da oben bestimmt ich kann das leider nicht sehen wenn er etwas schwarzer auf der karte ist vor allem so dicke fette streifen werden sie ein bisschen weniger wäre es ok machen wir mal die streifen hier mal weg so ja weil sie ist weit weg sind wir wieder bei den durst ruinen dünnen durch durst dünen dd so frei subi können wir gerade mal wieder andere richtung fliegen dann mal gucken wo der eingang vom menas ding ist vielleicht den menas den kennt ihr schon ich glaube wir haben wir schon einmal gefangen gehabt und zwar auf diesem naturschutzgebiet also ich habe ich so im gefühl dass wir den schon hier einmal hier gecatcht haben und ich glaube dass auch da hinten irgendwo da ist eine höhle ne das ist da drüben ist einfach nur ein dungeon da ist kein eingang zum menas ding aber da ist er hier haben wir einen eingang dürstende ruminen na sowas machen wir auch mal eins hin zack der ist 44 wir haben jetzt hier gerade keinerlei bälle mehr zur verfügung das heißt wir können den leider nicht einfangen aber meine freunde dafür beim nächsten mal so jetzt noch mal ein 1 nehmen wir auch noch mal mit aha kein platz im inventar ist schon mal super haben wir so gemacht kein platz im inventar gefällt mir eigentlich soweit gar nicht da drüben ist eine lymphwuchs statue die hole ich mir jetzt noch kurz so und dann können wir ein check bei der wüste machen haben wir alles gesehen haben wir alles erkundet wunderbar und top passt ja wohl haben hier einmal hier die lymphwuchs statue nehmen wir die mit so ist ja drüben noch so ein schwarzer zipfel den machen wir jetzt noch kurz hier fort und dann passt das ganze auch schon haben sie auch schön gemacht hier mit dem ding im wasser drin was auch immer das hier darstellen soll oder sein soll hier ich weiß es nicht hier haben wir noch was vergessen oder hier ist nichts mehr ich weiß nicht mehr müssen mal ganz kurz mal gucken würde mich jetzt mal interessieren haben wir da ne gerade aus haben wir nichts ok haben wir das hier wahrscheinlich auf der karte einfach noch nicht hier genommen oder erkundet machen wir dafür jetzt dann schön aus wie es hier mitten auf dem auf dem stein hier ein ei kein platz im inventar ok ja gucken wir mal hier was hier noch so schön es gibt da drüben war mir auch noch nicht was das hier sein soll keine ahnung meine lieben so mitten ganz da draußen irgendwelche steine noch da platziert so ganz abgeschotten hier von allem entweder haben die grafik designer sich hier vertan oder hier sollte es irgendwas darstellen oder eine welt von der ich noch nichts weiß aber das glaube ich hier wenigstens ist ja naja aber das einnehmen uns trotzdem mit hier kein platz im inventar wie kann das schon sein eigentlich kriegt ihr alles der blasmut aber der schon 50 na sowas der erste kann hier ein bisschen was haben wir hier müssen wir uns hier mal ein bisschen versorgen hier mal versorgen so meine freunde ich glaube wir haben mit der platz im inventar nehmen wir mit hier ach guck mal hier hat sie auch noch irgendwelche inseln da hinten ich weiß gar nicht ob wir die hier erfasst haben aber es scheint auf jeden fall nicht der fall zu sein dass wir diese ableger der inseln hier haben so 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 ja guck mal haben wir hier noch nicht den insel part hier mensch 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 haben wir einfach hier was ausgelassen vor allem hier gibt es ein Ei da drüben gibt es eine Truhe gut den brauche ich jetzt nicht mal mal mit aber wo sind das einen ein rei hound Haben wir da hinten noch. Das hier Wölkchen haben wir da noch. Haben sie aber trotzdem wahnsinnig geil gestaltet, dass da hier noch so ein Ausleger gibt zum Beispiel. Hier auf der Karte sieht man ja dann. So, Lelö. Ja, hier drüben haben wir den anderen Ausleger, haben wir ja auch noch nicht, sag mal. Das glaube ich jetzt wohl kaum, dass wir den hier nicht haben. Ja, meine Freunde, tatsächlich, hier das Gebiet haben wir noch nicht gehabt, ein bisschen erschreckend, vor allem gerade mit dem Riesenei hier, für wieder keinen Platz mit dem Inventar. Ja, tun wir das Leder entsorgen, nehmen wir dafür dann das Eiwetter mit, so. Haben wir uns die Seite hier noch nicht gegönnt? Oder? Ja, das stimmt. Die Seite haben wir uns tatsächlich noch nicht angeschaut, machen wir jetzt. Kein Platz im Inventar, also weiter geht der Flug hier. So viele Truhen, die wir noch nicht, äh, uns geholt haben. Mann, 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 Mann. Jetzt stecken wir hier oben fest, guck mal, den ganzen Ausleger hier haben wir uns nicht geholt. Gibt's ja gar nicht. Und hui, einmal in die Bäume hier rein. Hier wird natürlich auch gut ausgesorgt mit Bäumen, wenn du mal welche brauchst. Wir brauchen jetzt erstmal die Truhe. Ja, ja, man hat uns wieder gesichtet. Hier auch wahrscheinlich gleich. Super, das heißt, haben wir das Gebiet hier auch erfolgreich fertig. Ja, schick. Das haben wir, das haben wir. Da hinten gab es, glaube ich, noch einen Ausleger. Jetzt müssen wir gucken, wo wir hier einen Teleporter finden. Tja, das wird jetzt schwer, jetzt sind wir mitten in der Wüste. Müssen wir halt jetzt eine Weile lang fliegen, weil eine Donner in der Rücke haben wir hier nicht, glaube ich. Wir haben nur das Wölkchen dazu. Müssen wir halt hier mal querfeldeinfliegen zu dem Turm. Ja, dann sehen wir auch gleich von der Karte noch ein bisschen mehr. So, oder wie sieht es auf der Karte aus? Na ja, wunderbar, top. Top, die Wette gilt. Was mir jetzt gerade auffällt, da drüben scheint mir auch nochmal ein Stück Land zu sein. Oder besser gesagt, äh, ein Stück hier von der Insel hier. Aber ich glaube, die haben wir auch noch nicht gesehen. Müssen wir leider auch noch mit angucken. Erscheint mir nämlich so, als hätten wir die hier nicht komplett auf der Karte mit drauf. Witz spätestens. Witz spätestens. Witz spätestens. Ein Ei. Oh, wieder kein Platz im Inventar. Oh, schmeiß mal raus. Äh, die hier können wir, eine, drei, die Pfeile können wir rausschmeißen. So. So, jetzt haben wir auch das hier erfolgreich hier, ähm, abgecheckt hier. Dann gehen wir jetzt zu unserem Turbonteleport und uns mal wieder zurück nach Hause. Nach Hause, Hause, Hause. Nochmal ein Ei. Okay, aber wir haben jetzt gerade keinen Platz mehr, es ist hier ein bisschen blöd und ungeschickt. Ich würde ja gerne alle mitnehmen, aber geht halt leider nicht. Dafür dann beim nächsten Mal. down. Ich hoffe, ihr kommt auf einen Flug hoch. Ah ja, der macht es. Auf zwei Flüge müssen wir da hoch. Welcome back here. Ah. Playhound brauche ich jetzt nicht. Aber die drohen nämlich noch mit. So. Und dann mal schnell ab nach Hause. Ich hoffe, hier steht noch alles. Schick. Ja, wunderbar. So.